Das Zellweger-Syndrom – Alles Wissenswerte Das Zellweger-Syndrom wurde 1964 beschrieben und wird mit dem vorhanden Sein bestimmter Genmutationen in Verbindung gebracht. Lies weiter und erfahre mehr zum Thema. Das Zellweger-Syndrom ist eine Erkrankung, die die Funktionen wie den Muskeltonus oder die visuelle und auditive Wahrnehmung beeinträchtigt. Darüber hinaus betrifft sie auch das Gewebe der Knochen oder der Organe, wie das Herz und die Leber. Das Zellweger-Syndrom wurde 1964 beschrieben und wird mit dem vorhanden Sein bestimmter Genmutationen in Verbindung gebracht. Diese Mutationen werden durch die autosomal-rezessive Vererbung übertragen. Mit anderen Worten, sowohl der Vater als auch die Mutter müssen die Mutationen in ihrem genetischen Material haben. Kinder, bei denen das Zellweger-Syndrom diagnostiziert wurde, neigen dazu, zu sterben, bevor sie ein Jahr alt werden. Viele sterben jedoch bereits vor dem sechsten Lebensmonat. Der Tod tritt in der Regel als Folge von Veränderungen der Leber, der Atemwege und des Magendarmsystems ein. Menschen mit milden Varianten dieser Erkrankung können jedoch bis ins Erwachsenenalter leben. Das Zellweger-Syndrom Das Zellweger-Syndrom gehört zu einer Gruppe von Krankheiten, die dieselbe genetische Ursache haben. Diese Ursache sind Störungen der Peroxysom-Biogenese, auch Zellweger-Spektrum-Störungen genannt. Peroxysomen sind Organelle, die bei der ordnungsgemäßen Funktion einiger Enzyme eine Rolle spielen. Derzeit wissen Experten, dass es sich dabei nicht um unabhängige Veränderungen handelt. Es hat sich gezeigt, dass es sich dabei um unterschiedliche Schweregrade von Störungen der Peroxysom-Biogenese handelt. Das klassische Zellweger-Syndrom ist die schwerwiegendste Variante von Peroxysomen-Biogenese-Störungen. Fälle mittlerer Schwere werden jedoch als neonatale Adrenoleukodystrophie bezeichnet. Die milderen Fälle sind in dieser Hinsicht als infantile Refsum-Krankheit bekannt. Charakteristische Symptome und Anzeichen Beim Zellweger-Syndrom kommt es durch eine Veränderung der Biogenese des Peroxysoms zu neurologischen Ausfällen. Aus diesem Grund gibt es eine Vielzahl von Symptomen, die verschiedene Körpersysteme und Funktionen betreffen. Im Folgenden findest du die häufigsten und charakteristischsten Symptome des Zellweger-Syndroms. Verminderter Muskeltonus Das Zellweger-Syndrom wurde mit dem vorhanden Sein von Mutationen in mindestens zwölf Genen in Verbindung gebracht. Obwohl es Veränderungen in mehreren Genen geben kann, ist ein verändertes Gen bereits ausreichend. In etwa 70% der Fälle befindet sich die Mutation im PEX-1-Gen. Wie wir bereits erwähnt haben, wird die Erkrankung durch einen autosomal-rezessiven Vererbungsmechanismus übertragen. Das bedeutet, dass eine Person eine mutierte Kopie des Gens von jedem ihrer Eltern erben muss, um die typischen Symptome des Zellweger-Syndroms aufzuzeigen. Wenn beide Elternteile das mutierte Gen tragen, besteht ein Risiko von 25%, an der Krankheit zu erkranken. Diese Gene stehen mit der Synthese und der Funktion von Peroxysomen in Verbindung. Peroxysomen sind Teile der zellulären Struktur von Organen wie der Leber. Dieses Organ übt äußerst wichtige Funktionen aus, wie zum Beispiel die folgenden. Fettsäure-Stoffwechsel-Entsorgung von Abfallstoffen Allgemeine Gehirnentwicklung Behandlung und Umgang mit der Krankheit Derzeit ist keine Behandlung bekannt, die die Tiefgreifenden-Anomalien, die das Zellweger-Syndrom verursacht, behebt. Daher ist die Behandlung dieser Krankheit symptomatisch. Fütterungsprobleme sind ein relevantes Symptom, da sie aufgrund der Schwierigkeit, Lebensmittel zu schlucken, das Risiko einer Mangelernährung bergen. Daher kann das Kind eine Magensonde benötigen, um Entwicklungsstörungen zu minimieren. Die Behandlung dieses Syndroms ist multidisziplinär. In diesem Sinne können die Behandlungsteams aus Fachleuten der Pädiatrie, Neurologie, Orthopädie, Augenheilkunde und Chirurgie bestehen. Behandlungsteams